Mein Heil hat Autos zum Fressen gehören. Ich will mich auffressen. Er wird mich auffressen. Neuste neue Neuigkeiten. Ein super schneller Heil frisst Autos. Das heutige Rennen wurde abgesagt. Hartwell City, seid ihr bereit für das heutige Drag Race? Ich liebe Autorennen. Hast du gehört, dass Queen Cosmic kommen soll? Ja! Oh Mann, es soll endlich losgehen. Da kommt schon die Rennstrecke angefangen. Du, du. Hallo Chase, ich heiße... Hier ist Sophia Speed. In Sachen Autorennen bin ich eine ziemlich große Nummer. Das ist Sophias Beat. Sie soll eine ziemlich große Nummer sein. Hi Chase, ich bin Max. Ich bin Sophias Mechaniker. Schön, euch beide kennenzulernen. Legen wir los? Zeigen wir den Leuten, wer hier die Rennkönigin ist. Das wird der absolute Renner. Ich muss zwar aufs Klo, aber das ist mir egal. Drei, zwei, eins, los! Danke fürs Warmfahren, Chase. Und nun zum Herausforderer des heutigen Rennens. Queen Cosmic! Queen Cosmic ist der coolste überhaupt. Äh, Queen? Hallo? Wo steckt er? Keine Ahnung. Zeit, dass ich für meine nächste Weltraummission trainiere. Du packst das, Queen. Wow! Kann bitte mal jemanden Queen suchen? Ja, Moment. Wahrscheinlich trainiert sie gerade. Ich bin gleich wieder da. Drei, zwei, eins. Raketenstart! Augenblick. Ich glaube, ich habe da was vergessen. Hey, Queen! Du musst los! Hä? Wer ist das? Oh, hi, Chase. Queen, hast du etwa dein Rennen vergessen? Ein Rennen? Hm, kann mich nicht erinnern. Wir wollen Queen! Wir wollen Queen! Ach so, das Rennen. Ups. Nun, ich befürchte, dass das Rennen wohl ausfallen muss. Das ist der schlimmste Tag meines Lebens. Erst liebst doch nicht! Komm, wir fahren nach Hause. Oh, was ist das? Sie ist da richtig? Da bin ich. Es ist Queen Cosmic! Ja! Da ist er ja! Das wird ein super Rennen! Lassen wir das Rennen beginnen! Entschuldige die Verspätung. Kein Problem. Jetzt bist du ja da. Es ist wohl an der Zeit, mir Sophia Speed's Kraft zunutze zu machen. Ja! Los geht's! Los geht's! Das wird so spannend! Ich muss zwar immer noch aufs Klo, aber egal. Drei, zwei, eins! Was ist das? Sagt hallo zu meinem hungrigen Haifisch! Hahaha! Was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, aber es frisst Autos! Ah! Nein, 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 oh nein, Draven! Hahaha! Ich werde nicht tatenlos zusehen. Hör auf, Draven! Das ist mein Ernst! Hahaha! Oh nein! Max! Ich rette dich! Viel Glück! Du kannst im Magen meines Haifisch deine Runden drehen! Ah! 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 Hey! Ein Renn-Champion frisst man nicht einfach so! Ich werde dich retten, Sophia! Mh, lecker Nacht! Ah! 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 Hör auf, meine Freunde zu fressen, Draven! Dafür wirst du bezahlen, du riesiger, gemeiner Fiesling! Hahaha! Hm... Wo ist der hin? Hahaha! Da steckt er! Hahaha! Hahaha! Mein toxischer Schleim zeigt Wirkung! Und schon bald werden meine Giftmonster diese lästigen Kinder ein für allemal besiegen! Hahaha! Vielleicht versteckt sich Draven ja im Reifenladen. Ah! Ah! Oh nein! Ein giftiger Skorpion! Ah! 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 Das ist so... Lass uns niemanden ergeben! Das ist Anteil in irgendwie! Hat seiner государ's zurück. Halt den Ver stuffen und die anderen mal mit der Ma denke! Schnell bevor er abhaut Er ist bestimmt in die Autowerkstatt Oder auch nicht Der giftige Gorilla hat mir eine verpasst Nimm das hier du Bananenfresser Feuer Gute Nacht Gorilla Ich muss Draven finden bevor es zu spät ist Das ist unsere Chance Was für dem Schilde Chase, Sophia Geht es euch gut? Alles bestens Ich könnte ein Nickerchen vertragen Bringt euch in Sicherheit Ich muss Draven aufhalten Mein Robot T-Rex kennt keine Höhenangst Er muss auf dem Dach sein Sei vorsichtig Quinn Oh nein falsche Richtung Oh nein Oh nein Oh nein Au 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 Autsch 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 Ha 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 Mein Plan ist aufgegangen Alles okay Quinn? Ja ich denke schon Wie hat es da drin gerochen? Naja es rauch auf jeden Fall nicht nach Blumen Du brauchst dringend ne Dusche Quinn Oh ja Hinter den Ohren ist es besonders angenehm Einmal volltanken bitte Gluck 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 Lecker Jetzt geht es mir schon besser Ich fühle mich wie neu geboren Quinn und Chase Danke dass ihr die Stadt gerettet und Draven aufgehalten habt Als Zeichen unserer Dankbarkeit schenken wir euch diese zwei Rennwagen Was? Im Ernst? Nie im Leben Color Reveal Autos Cool Ich bin gespannt welche Farbe mein Auto haben wird Gleich wissen wir mehr Na los Lasst mal sehen Ja Hammer Dann kann das Rennen ja losgehen Also gut Hot Wheels City Seid ihr bereit für das nächste Rennen? Ich kann es kaum noch aushalten Junge 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 Als nächstes fahren Chase und Quinn Cosmic Wer zuerst die Linie überquert gewinnt Drei Zwei Eins Los Ein Kopf an Kopf rennen Wuhu Ich hab gewonnen Quinn Der Gewinner heißt Chase Oh Mann So knapp Au Unsere neuen Autos sind jetzt schon dreckig Ich weiß wo wir hin müssen Wie cool Mein Auto ändert die Farbe Juhu Noch ein Farbwechsel? Von wie aus? Blitze blank So kann uns nichts mehr den Tag versauen Wir Bürger eilen so schnell es geht in Richtung Giftschlange Aber warum? Aus dem Weg Katz da Na los Achts schon Hey Wenn sie mehr darüber erfahren wollen bleibt sie dran für die neuesten Neuigkeiten Willkommen zurück auf der Monster Trucks Insel Unsere Monster Trucks genießen die Sonne Oh nein! Ein Haiangriff! Oh ja Lasst uns baden gehen Moment mal Da ist ein riesiger Hai im Wasser Ach der ist harmlos Der will nur spielen Der Wettkampf der Titanen geht gleich los Mach den Hai platt für den Pokal Los geht's! Hier ist die erste Partie Invader Wow! Invader marschiert ordentlich los! Doch nur Operation Storm erfüllt die Mission Platt gestampft Megaletics We'll crash it on! Was für ein Endspurt! Wow! Hier die Wiederholung Wow! Megarex liegt eine Dino-Nasenspitze vorne und gewinnt! Abgemacht Mono-Saurus Abismar Abismar Oh nein Abismar fällt ins Wasser Während Mono-Saurus sicher am Strand landet Und eine Runde weiterkommt Das war Dino Stark Boneshaker Boneshaker Rattica Racer Boneshaker Boneshaker Gewinnt im Kampf der Hot Rods Und stolpert ins Ziel Und Radical Racer Wird zum Haiköder Hier gibt's auf die Knochen. Tiger Shark! Aquaner! Heilige Makrele! Tiger Shark springt über seinen Hai-Kumpel, sagt schnell Hai und gewinnt das Kopf-an-Kopf-Rennen. Hotwiler bellt, aber beißt nicht. Hai, Alarm! Wombat Ghoul! Pirate Nye! Oh je, One Bad Ghoul verhext Pyron R und steht die Landung. Und der Hai kriegt noch ein Leckerli. Schaurig, schöner Sieg. Hot Wheels Ration No. 1 Ringmaster! Was ein Endspurt! Ringmaster und Hot Wheels Ration No. 1 sind Kopf an Kopf beim Sprung, doch Ringmaster gewinnt mit einer Reifenbreite Vorsprung. Nicht so schnell! Shark Week! Haiangriff! Haul Y'all wird vom Hai aus dem Turnier geworfen und Shark Week segelt durchs Ziel und fischt sich den Sieg. Ich mach Fischstäbchen aus euch! Runde 2 Ich werde dich zerstampfen. Nicht so schnell, Anfänger. Ich mache Fischfutter aus dir. So knapp! Der Hai wollte ein Stück von Operation Stop abbeißen, aber hebt ihn sich als Snack auf. Megarax fliegt ins Halbfinale. Viel Spaß mit dem Hai! Deine Knochen klappern ja vor Angst! Rede du nur! Ich hab schon einen Plan! Oh nein! Monosaurus bucht ein Zimmer im Hotel Hai! Und Boneshaker entgeht erfolgreich der Gefahr! Ich sagte doch, ich hab nen Plan! Tiger Shark! One Bad Ghoul! Das ist mein Revier! Meine Hai-Freunde sind völlig brav! Versprochen! Ich nehme dich einfach bei Bord. Ein regelrechter Fressrausch da draußen! Tiger Shark fliegt sauber ins Ziel, während One Bad Ghoul den Fischen Gute Nacht sagt. Der Kap der Titanen gehört mir! Ringmaster! Shark Week! Hey, das ist kein Zirkus hier! Willkommen im Haifischbecken! Haie, machen mir keine Angst! Ich hole mir den Pokal! Das ist jetzt aber komisch! Shark Week wird vom Hai gefressen! Gleich und gleich gesellt sich wohl gern! Ringmaster kommt weiter! Meisterlich ins Halbfinale! Mechal Rex! Bone Shaker! Du schon wieder? Ich mach dich platt! Bist du aggressiv? Wollen wir Rennen fahren? Wow, ein übler Abgang! Bone Shaker löst den Hai-Alarm aus! Und Mega Rex fliegt ins Finale! Hast du Angst vor Hai-Alarm? Tiger Shark! Ringmaster! Du bist vielleicht der Ring-Champion, aber das Haifischbecken gehört mir! Ich bin gerne der Außenseiter! Werden ja sehen, wer hier der Herr ist! Was für eine Leistung! Tiger Shark liefert erneut ein perfektes Rennen! Doch Ringmaster kriegt kalte Füße und scheidet aus! Ich hole den Kapp der Titanen für die Hai-Bande! Jetzt geht es hier um alles! Unsere Kontrahenten haben Hai-Angriffe abgewehrt und kämpfen nun verbissen um den Kapp der Titanen! Er ist nicht ausgestorben und hungrig auf den Kapp der Titanen! Das wilde Monster! Mega Rex! Dieser Kerl ist kein Zierfisch! Er ist das ungezähmte Raubtier und zweimaliger Gewinner des Kapp der Titanen! Tiger Shark! Wer holt sich den Kapp der Titanen? Es ist vorbei! Tiger Shark vermasselt den Absprung und landet genau im Maul des Haies! Doch Mega Rex fliegt dem Hai ein letztes Mal davon und schnappt sich den Sieg! Abgetackt! Wow Mega Rex! Du warst heute bissiger als alle anderen! Wie hast du das gemacht? Na ja, ich bin noch nicht ausgestorben! Die anderen Trucks mögen vielleicht Angst vor Haien haben, aber nicht dieses wilde Monster hier! Moment! Was ist da los? Wir Monster Trucks auf einmal? Was hat dir die Ziellinie denn getan? Die Autos wollen auch mitmischen! So, das war's für heute! Bis zum nächsten Mal beim Wettkampf der Titanen! Weiter, wir müssen schnell zur ultimativen Garage kommen! Ich musste dafür nicht zweimal anhupen! Hey, hey G-Riders! Hier ist Maria G mit dem G-Ride! Wenn ihr euch jetzt gerade erst einloggt, Nevada, der mysteriöse Gewinner des größten Renns aller Zeiten, hat sich gerade als supergeheimer Superklon des Megaschucken Draven geoutet und ist auf einem Drachen zur ultimativen Garage davon geflogen! Ich meine auf einem Drachen? Wer tut so was? Schade, dass er der Böse ist. Aber es bleiben einige Fragen offen. Warum hat Draven seinen verrückten Klon von der Leine gelassen? Wie lauten Dravens üble Pläne? Und was hat das mit der ultimativen Garage zu tun? Bleibt dran, G-Riders! Wir hören uns bald! Ich drücke jetzt voll auf die Tube! Ich muss eine Garage retten! Ich hoffe nur, es gibt noch eine Garage, die man retten kann! Wer weiß, was Nevada mit ihr angestellt hat! Er... Skorpion! Wow! Ich weiß, wir haben das größte Rennen aller Zeiten nicht gewonnen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding hier besiegen werden! Ja, das haben wir schließlich schon mal! Was ist das denn? Was ist das denn? Gute Idee, Alien! Ich bin zwinglich! Das ist mein Einsatz! Achtung, Sophia! Halt dich bereit, Sophia! Er sticht zu! Los! Und er ist erledigt! Wuhu! Ja! Dieses Monster wird Monster Kopfschmerzen haben, wenn es aufwacht. Ja, dann sollten wir besser nicht hier sein. Also die ultimative Garage steht noch. Ja, aber unglücklicherweise stehen die beiden hier auch noch. Überrascht? Ihr habt doch nicht geglaubt, dass ihr sie besiegt hättet, oder? Gefällt euch, was ich hier gemacht habe? Nicht wirklich! Warum glüht das so? Hast du an meinen Geräten rumgefummelt, Nevald? Sagen wir, ich hab sie verbessert. Du hast die Energie der Tetraflamme eh nie ganz verstanden. Nein, du bist es, der die Energie nicht versteht! Und nun sei ein guter, böser Klon und gib sie zurück! Ich, äh, glaube das war ein Nein. Es ist noch nicht vorbei, Nevald! Doch, ist es! Nein, ist es nicht! Doch, ist es! Wir brauchen eine neue Location, um uns einen Plan auszudenken. Ich versuche immer noch herauszufinden, wie er sich in unser altes System gehackt hat. Ich hatte das Sicherheitssystem komplett verschlüsselt! Wem sagst du das? Es war so kompliziert, dass ich mein Passwort auf ein Post-it schreiben musste. Okay, damit ist meine Frage beantwortet. Und wo fahren wir jetzt hin? Hey, ich hab da was! Folgt mir! Was ist das denn hier? Ich behaupte mal, dass eine Autowaschanlage mit gigantischen Wasserdüsen nicht der perfekte Ort für empfindliche elektronische Geräte ist. Aber, das krieg ich schon hin. Sag mir, wenn du Hilfe brauchst, Quinn. Danke, Elliot. Hier ist ein Mop. Oh! Eine Station für spontane Farbwechsel? Eine Farbenthüllungsstation. Sie enthüllt in der Molekularstruktur des Lacks verborgene, alternative Farben. Struktur, Moleküle, bla bla. Weißt du was? Das ist cool! Tja, ich konnte nicht anders. Ich weiß, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich wünsche mir, wir könnten genauso leicht wie das hier auch herausfinden, warum Nevald die Tetra-Flamme so hochgefahren hat. Sieht aus, als müssten wir vorher noch was anderes rausfinden. Und das Neueste, total schrägste Ereignis in Hot Wheels City ist das plötzliche Auftauchen dieser gigantischen Eiswaffel. Und das mitten auf der Kreuzung von High und Star Street. Mmh, Schokolade. Das Neueste? Das checken wir mal aus. Drücken wir auf die Tube. Passt auf da hinten! Räder hoch! Achtung, Eiswagen! Da ist gerade ein Gebäude verschwunden! Wir müssen von dieser Straße runter! Der Sheriff hat Barrikaden aufgestellt. Da vorne auch! Eine Umleitung! Da lang! Was soll, äh... Okay. Wessen Idee war das? Das war dann wohl ich, muss ich zugeben. Trajan? Ja. Du hast uns hierher gelockt. Das stimmt, aber es war die einzige Möglichkeit euch dazu zu bringen, dass ihr mir zuhört. Warum sollten wir dir zuhören? Du hast das doch angerichtet! Es ist alles deine Schuld! Nein, ich habe überhaupt nichts getan. Ich bin gerade erst nach Hot Wheels City zurückgekommen. Das war alles mein Klon, nicht ich. Und wer hat dich geklont? Ich weiß nicht, deswegen muss ich ja so dringend mit euch reden. Also benutzt du deinen Klon nicht dazu uns abzulenken, während du einen noch viel schrecklicheren Plan ausführst? Haha, ich wünschte es wäre so, aber nein. Wir alle brauchen Antworten auf unsere Fragen und dafür gibt es nur einen einzigen Ort. Wir alle? Meinst du damit, wir sollten uns mit Raven zusammentun? Äh, er ist ein Bösewicht. Elliot, der Feind deines Feindes ist dein Freund. Zumindest für eine Weile. Sehe ich auch so. Wenn wir uns von Süden dieser Strecke nähern, werden sie nicht wissen, wie viele wir sind, bis wir da sind. Das verschafft uns einen Überraschungsmoment und das gefällt mir. Äh, Bro, du verrätst ihm all unsere geheimen Tricks? Wir denken uns neuer aus. Und auf geht's! Macht sie fertig! Ich meine... Wuhu! Wuhu! Die Überraschung ist uns schon mal gelungen. Jetzt müssen wir nur noch... Passt auf! Wir brauchen größere Autos. Und vielleicht auch ein Boot. Willkommen zurück, ihr Zerstörungsteufel, zum Hot Wheels Monstertorks Duell der Champions! Uns trennt nur noch ein Rennen von der Verleihung der Siegertrophäe. Beim letzten Mal haben sich unsere vier Finalisten-Torks ihren Weg durch den Mega-Berg und durch krokodilverseuchte Gewässer gekracht und gecrashed. Daraus gingen unsere zwei letzten Wettbewerber hervor. Tiger Shark und Tracy! Oh yeah! Diese zwei Titanen werden sich ein kompromissloses Kopf-an-Kopf-Rennen zur Gewinnerhöhle liefern. Der Erste, der seine Reifen ins Ziel bringt, gewinnt die begehrte Trophäe! Oh! Einfach ein Rennen den gefährlichsten Berg der Welt hinab? Durch eine Höhle mit herabkrachenden Brocken? Ist das alles? Herausforderung angenommen! Yeah! Ja, 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 ja! Ja! Juhu! Ab geht's mit Ace! Mach ihm ordentlich Feuer unter dem Hintern und hol die Trophäe! Grrrr! Los, Tiger Shark! Zeig diesen Trucks, was ein echtes Raubtier drauf hat! Ja! Los, 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 los! Es ist soweit, Leute! Das finale Rennen des Duell der Champions! Auf die Plätze! Fertig! Los! Ja! Juhu! 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 Wow! Na, großartig! Friss meinen Staub, Rieses! Bin doch kein Stromsauger! Das sehe ich anders! Fürchte den Wahnsinn! Oh nein! Was? Fürchte den Wahnsinn! Dieses Rennen fahre ich mit einem Reifen. Rieses ist zwar schnell, aber nicht fürchte den Wahnsinn schnell! Hey! Juhu! Hey! Was hast du denn vor? Hey, Tiger Shark! Weißt du, welcher mein Lieblingshai ist? Hä? Weiß ich nicht! Welcher? Ja! Der Behämmerthai! Wahahahaha! Okay, ich geb's zu. Das war ein guter Witz. Hey! Großartiger Gangwechsel, Leute! Rieses wird seinem Namen gerecht und geht in Führung! Kann Tiger Shark ihn einholen, oder war es das? Hey! Na, ganz toll! Der Wahnsinn! Habt ihr das gesehen, Leute? Tiger Shark zeigt uns wirklich, wie es gemacht wird! Wenn ihr mich fragt, ist das kein Wettbewerb mehr! Race Ace hat das im Sack! Nein, nein, nein! Tiger Shark hat dieses 1A Raubtier-Ding in sich! Und seht euch doch nur seine Streifen an! Ich glaube, du checkst es nicht, Rex! Uh! Los, Streifen, los! Los! Briss meinen Stab, Race Ace! Nur in dein Träumen, Tiger Shark! Mach dein Rad da weg! Hä? Oh, oh! Ich wusste ja, das wird ein enges Rennen! Aber das hier ist schon lächerlich! Was geht denn hier ab? Hm, das sieht nicht gut aus! Ich glaube, die Hülle stürzt euch ein! Habe ich gewonnen? Kannst du vergessen, ich habe gewonnen! Wo ist denn jetzt die Ziellinie? Das ist wohl eine Filzwand! Ich sehe gar nichts hier drin! Hey, was ist das? Ich glaube, mir kommt da eine Idee! Hey! Hey, wie geht's jetzt weiter? Wer hat gewonnen? Also, ich glaube, die wurden platt gemacht! Ich nehme gern die Champions-Trophäe an ihrer Stelle entgegen! Ich glaube, die stecken fest! Los, Leute! Es wird Zeit, das zu tun, was wir am besten können! Wir lassen es krachen! Jetzt geht's wohl ab! Das ist ja der absolute Wahnsinn! Ich sehe noch wilder aus als vorher! Wow, guck mich mal an! Und mit diesem leuchtenden Zeug können wir sogar sehen! Ich glaube, da vorne ist was! Alles klar! Es wird Zeit, das Ding nach Hause zu holen! Hey, Moment mal! Die Trophäe gehört mir! Leute, das ist der Wahnsinn! Diese Monster-Trucks lassen es bis zum Schluss krachen, während sie daran arbeiten, die Felsen wegzuräumen! Wer wird das meiste Geröll wegballern? Wer bringt die Höhle zum Einsturz? Wer wird... Dem redest du da? Ja! Oh! 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 Diese Trophäe wird mir gehören! Oh! 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 Erforderung? Angenommen! Boah, die Schlammmaske hat dein ganzes Aussehen verändert. Ganz auch, ganz neue Farben. Seltsam, aber irgendwie auch voll der Hammer. Heiliges Getriebe, Bastards! Ist dies das Ende des Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions? Werden Grace Ace und Tiger Shark ein schreckliches Schicksal erleiden? Wer nimmt die Champions-Trophäe mit nach Hause? Und werden wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen? Los, lasst eure Axten sprechen! Wir versuchen es ja! Willkommen zurück zum Hot Wheels Monster Trucks Duell der Champions! Beim letzten Mal sahen wir unsere beiden Finalisten, Race Ace und Tiger Shark, im ultimativen Kopf-an-Kopf-Rennen um die einzigartige Trophäe. Aber etwas lief Schieb! Ein Höhlen-Einbruch hat uns von Race Ace und Tiger Shark abgeschnitten! Es gibt keinerlei Möglichkeit zu wissen, wer gewonnen hat oder ob es den Trucks überhaupt gut geht. Hey, pass auf! Könnte das das Ende bedeuten? Wird die Champions-Trophäe nicht vergeben? Werde ich hier noch einen Job haben? Ach du meine Güte! Hey, Alter! Chill mal! Wir haben es fast geschafft! Oh yeah! Alles klar! Funkshaker ist zur Stelle! Wir holen euch da raus, Jungs! Was war das denn? Ich weiß nicht! Und was war es dann? Ähm, vielleicht war es das riesige Sumpfmonster, das gerade hinter dir auftaucht. Etwas sagt mir, dass das hier nicht Teil des Wettbewerbs ist. Nein? Aber das da! Es wird Zeit, sich das Ding zu holen! Warte, Tiger Shark! Oh Mann! Ich hätte gewinnen können! Wenn du mit Gewirn meinst, dass ein Sumpf Krokodil dich tatmacht, dann ja! So, jetzt sind wir quitt! Hallo? Race Ace? Tiger Shark? Wir sind hier, um euch zu retten! Habt ihr die Champions-Trophäe gefunden? Soll ich sie für euch halten? Was ist das da drüben? Total krass! Es ist wie in einer Disco hier drin! Ach du! Ach du! Ach du! Ach du! Ach du! Seht mal! Heilige Hot Wheels, Leute! Wir sind kurz davor zu erfahren, wer der wahre Gewinner des Duells ist! Wir können nur erahnen, dass irgendwie, irgendwo, Race Ace oder Tiger Shark sich im süßen, süßen Gefühl des Sieges sammeln! Das war knapp! Ich dachte echt, das war's jetzt! Ich würde diesem Riesen-Krokodil gerne zeigen, wer das wirkliche 1A-Raubkirch hier ist! Dann würde es den Wahnsinn fürchten! Zwei Jenner! Hey! Woah! Woah! Fang auf! нов! uschs.. dio ach! just dass wir dieses Riesen-Krokodil nur zu zweitfertig machen können! Wie wäre es mit acht von uns? Was soll das denn? Ist das ein gigantisches Krokodil? So ist es! Wow! Haha! Dieses Krokodil hat das Maul wohl ein wenig zu voll genommen! Du bist wahrlich ein Wahnsinnsanblick über einen müden Scheinwerfer! Hey! Wo ist die Trophäe abgeblieben? Die große Echse hat sie gefressen! Okay, das reicht! Niemand frisst unsere Trophäe und kommt damit durch! Was für eine dramatische Wendung des Rennens, Leute! Nicht nur, dass die Trophäe von einem gigantischen Reptil gefressen wurde! Auch meine neuen Schuhe sind ruiniert! Werden die Monster Trucks es schaffen, dieses Monster auszumonstern! Wie lautet der Plan, Monster Trucks? Er hat die Trophäe gefressen! Wir müssen sie uns zurückholen! Aber wie? Seht nur! Seinen Schwanz! Das muss der Grund sein, warum das Krokodil so groß geworden ist! Wenn jemand es schafft, dort hinzukommen, wird es endlich auf einen würdigen Gegner treffen! Ich mach das! Solange ihr mir die hintere Stoßstange frei haltet! Wir müssen ihm etwas Zeit verschaffen! Aber wie? Ich hab ne super Idee, was wir mit diesem riesen Krokodil machen! Wir nutzen alle Tricks, die wir in Camp Crush gelernt haben! Okay Leute, so läuft es! Unsere Trucks werden alles geben, was sie können! Und sie werden alle Tricks einsetzen, die sie gemeinsam in Camp Crush gelernt haben! Die große Schlacht hat begonnen! Alles klar, Monster Trucks! Ihr wisst, wie es läuft! Es geht ab! Los, Hot Wheels! Oh, yeah! Oh, oh! Oh, ein Mist! Wie beim Formenkampf! Die Echse werden vollgesleimt! Eine Schlammmaske! Gut für die Poren! Und ab geht's! Lebe schnell, krache hart! Zertömern und brennen! Oh. Im Heizreich Ei! Wuhu! Juhu! Wuhu! Ja! Oh! Hehehehe! JA! Ha! 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 Oh! Es gibt keinen Kopf! Täuschen mich, meine Augen? Diese Trucks ziehen alle Register. Farbenkampf, Truckdarts und jetzt die verrückten Erhobere die Flaggetricks. Alles für diese ultimative Herausforderung. Danke, Team. Jetzt ist es Zeit für die Raubtierfütterung. Er hat es geschafft! Tiger Shark ist jetzt mega groß! Fürchte den Wahnsinn! Da ist sie! Sieh sich das mal einer an! Das ist unsere Trophäe! Mega Tiger Shark hat die Trophäe aus dem Krokodil rausgecrushed! Aber hat dieser supergroße Super Truck das Zeug dazu, das Krokodil zu verzwingen? Es wird Zeit, das Ding zu gewinnen! Fürchte den Wahnsinn! Jetzt bist du nicht mehr so tough, hä, Dürrschchen? Hier ist sie, mein Großer! Du hast sie dir verdient! Wir haben sie alle verdient! Ja! Aber ich nehme sie gerne, nur um drauf aufzufassen! Das war episch! In all den Jahren, in denen ich zugesehen habe, wie sie Sachen zertrümmern, habe ich! Und das kann ich in aller Ehrlichkeit sagen, noch nie gesehen, wie ein Mega-Monster-Truck sich einem massiven Riesen-Krokodil entgegenstellt! Dieses Duell geht in die Geschichte ein! So, und jetzt alle zusammen! Es geht ab! Los! Hot Wheels! Beste Tag ever! Ja! Es ist ein großartiger Tag in Hot Wheels City. Die Sonnenschein ist vorhergesagt und... Was? Ja! Das ist der letzte Schritt meines Plans! Alles ist bereit! Oh-oh! Für meine perfekte Geburtstagsparty! Puh! Was für eine Erleichterung! Ah-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh! Puh! 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 Ich bin so aufgeregt zum... Puh! 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 Oh-oh! Das war's mit Ravens Geburtstagseinladung! Die Garagen-Crew hat sie noch nicht mal gesehen! Mir geht's... Puh! Puh! Los jetzt! Machen wir uns auf den Weg! Puh! Okay, Garagen-Gang! So lautet der Plan! Ich schlage vor, wir starten beim Korkenzieher... ...und... ...drehen ein paar Runden um den. Ähm, fahren zum Loopt-de-Loop? Äh... Brauchst du ein Glas Wasser, Elgid? Es...tut mir leid! Ich kann sie nicht zurück... Oh, nein! Das war episch! Ich bin sicher, sie verspäten sich nur ein wenig. Juhu! Oh, wenn die wüssten, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, diese perfekte Falle für sie aufzustellen. Also Draven führt nichts Gutes im Schilde. Es war von Anfang an eine Falle. Meine Party ist ruiniert. Ich werde mich rösten. Juhu! Krass! Genau richtig! Großartig! Die Garagentruhe hatte den ganzen Morgen einen Riesenspaß. Aber Elliotts Schluckauf fängt an zu nerven. Vorsicht! Elliot, jetzt ist nicht die Zeit, Burger zu wenden! Es tut mir leid! Mh, mh! Elliot! Wow! Hilfe! Du und dein Schaum bringen nichts als Ärger! Sorry! Schon wieder! Guck mal, was du gemacht hast, Elliot! Du hast die Nemesis-Alarm kaputt gemacht! Sophia, eigentlich... Guck mal! Juhu! 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 Ah! Das ist wirklich eine Nemesis! Oh, nein! Elliot hatte Angst! Juhu! 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 Ah! Hallo, George! Hallo, Luffa! Okay, auf geht's! Aus dem machen wir Fischstäbchen! Er soll sich schuldig fühlen für das, was er getan hat. Elgert, du als Erster! Los! Wow! Nimm das! He he he! Das fühlte sich an wie ein klitzekleiner Krabbenzwicker! Wie sollen sie bei Elliotts ständigen Schluck auf Justin besiegen? Elliot, du versaust unseren Flow! Doch nicht den Flow! So können wir den Tag nicht retten! Wir müssen sofort ein Mittel gegen deinen Schluck auf finden! Hey, vielleicht verschafft uns das etwas Zeit! Ah! Ich bin voll ins Netz gegangen! Dieses Netz wird mich nicht lange aufhalten! Die ultimative Garage-Crew sollte sich beeilen! Lasst uns darüber nachdenken, wie wir Elliot helfen können! Aufregung! Juhu! 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 Oh! Erschrecken! Oh Mann! Was war das? Oh! Nein! Immer noch! Äh! Und was soll ich jetzt tun? Äh! Wusch! Wusch! Oh! Nein! Nichts funktioniert! Der ultimativen Garage-Crew läuft die Zeit davon! Ja! Lasst mich wieder frei! Justin! Du wundervolle Kreatur! Was ist mit dir geschehen? Ein Zusammentreffen mit der ultimativen Garagen-Gang! Das ist mir geschehen! Hm! Da kommt mir eine bösartige Idee! Warum verlegen wir den Plan nicht auf? Reda! Gemeinsam! Mein wunderschönes Geschöpf! Werden wir Rache nehmen! Ich weiß nicht, Team! Vielleicht sind meine Tage bei der ultimativen Garagen-Gang vorbei! Ich werde für immer Schluck aufhaben! Nein! Sag das nicht! Wir lieben dich, Elliot! Ihr müsst vielleicht Justin ohne mich besiegen! Das glaubt ihr! Was tust du hier, Draven? Ihr seid Geschichte, ultimativer Garagen-Gang! Komm! Komm raus, mein Lackhai! Erkennt ihr mich? Heilige Makrele! Was hast du diesem Hai angetan? Und warum tragt ihr... Geburtstagshüte? Schnapp sie dir! Sie sollen es bereuen, dass sie nicht zu meiner Geburtstagsparty gekommen sind! Geburtstagsparty? Ich bin dran, Boss! Oh nein! Wow! Dieser Schluck auf soll endlich aufhören! Wir wussten nicht, dass du uns auf deiner Geburtstagsparty haben wolltest! Natürlich wollte ich, dass ihr kommt! Damit ihr in meine Falle tappt! Ich meine, viel leckeren Kuchen isst! Deine Falle? Nein! Das ist nicht gut! Nein! Ja, du hast sie! Jetzt schnapp dir den mit dem Schluck auf! Aber es heißt nicht, dass du in meine Stadt kommst und meine Freunde auffressen kannst! Du kannst dich nicht für immer vor mir verstecken! Ich werde dich finden! Wo bist du hin? Spuck sie aus! Ich glaube, mir wird schlecht! Ich geh bestinkt nach Fischfutter! Elliot, wir konnten dich aus dem Inneren des Highs hören! Dein Schluck auf ist verschwunden! Oh, ja! Das stimmt ja! Es ist noch nicht vorbei, ultimative Garagengang! I'll be back! Komm zurück, Kai! Ich habe dich erschaffen! Ich glaube, ich sollte besser auch abhauen! Wernehm dich, lieber Draven! Wünsch dir zum Geburtstag, dass wir dich nicht finden! Du hast uns gerettet, Elliot! Wie bist du dein Schluck auf losgeworden? Ich weiß nicht. Ich habe den ganzen Tag versucht, ihn loszuwerden. Aber als sie zu Fischfutter wurde, dann... Da musste ich mich auf euch konzentrieren. Nein, ich liebe euch, Leute! Oh! Danke, Elliot! Wir lieben... Dich auch! Oh nein! Jetzt passiert es... Mir auch! Hot Wheel City ist für einen weiteren Tag sicher! Hot Wheel City, wo hinter jeder Ecke ein spannendes Abenteuer wartet! Rückwärtsgang! Okay, das hier ist physikalisch unmöglich! Es sei denn, du hast Zugang zu einer Art interdimensionalen Nexus oder einem Flaschengeist! Ich weiß, was mein erster Wunsch wäre. Noch mehr von diesen Loopings! Wie wäre es, wenn wir diese Diskussion auf festem Boden verlegen? Ich dachte, das hier wäre fester Boden! Folgt mir! So wie du rast, haben wir da eine Wahl? Ein Drache? Komm nicht zu spät zum Abendessen! Superhai? Das geht gar nicht! Sein Allradblock hat Hausarrest! Wir legen uns nicht mit Hain an! Ich mische mich hier trotzdem ein, denn wenn ich diese Superhai-Aktion verpasse, drehe ich voll durch! Achtung! Flosse im Anmarsch! Ich weiß, mein Auto heißt Fast Fish! Trotzdem möchte ich nicht zu Fischfutter werden! Sie ist weg! Ist noch jemand von euch am Ausflippen? Ja! Puh! Ich dachte schon, ich wäre der Einzige! Ich drücke jetzt mal ordentlich auf die Tube! Macaroni mit Käse! Danke fürs Hochschleudern, Draven! Runter und drüber! Na toll! Und wo ist der jetzt? Wie macht er das? Ich habe da eine Idee, aber ich muss erst mal einen Blick auf die ultimative Garage werfen! Okay, während wir das Ding hier beschäftigen, können du und Draven dort schon mal eure Superhörner zusammenstecken! Bin dabei! Und beeilt euch! Mein Auto ist nicht highfest! Komm, beschäftigen wir sie etwas! Ich nehme den Drachen, du nimmst den Gorilla! Und wir treffen uns bei der unmöglichen Absprungrampe! Geht klar! Hey, du heißes Ding! Hier riecht es ganz schön nach Affenhäntern! Draven, mein großer blauer Freund und ich sind auf dem Weg! Frankenfeuer und ich werden da sein! Ja, sehr gut gemacht! Du auch! Ist das ein Tetra-Verstärker? Deswegen glüht auch das ganze Gebäude! Es scheint so, als benutze er die Tetra-Flamme, um die Energie aus der ganzen Stadt zu saugen! Wo locken wir dieses Ding hin? Auf eine wilde Fischjagd! Hochgeschwindigkeit und lahme Witze? Hammer! Ich hoffe, Quinn hat ein paar Antworten bereit, denn irgendwann geht uns der Saft aus! Ja, aber auch Hot Wheels City! Seht mal! Er saugt förmlich die Großartigkeit aus Hot Wheels City! Wozu braucht er so viel Energie? Keine Ahnung, aber es ist so heiß, dass meine Computersysteme durchschmoren könnten! Er benutzt höchstwahrscheinlich ein Kryoschild, um die Temperatur zu regeln! Computer sind nicht dafür vorgesehen, bei extremer Hitze oder Kälte zu funktionieren! Das sind Haie auch nicht! Genial! Vielen Dank! Wenn es von dir kommt, ist das ein Riesenkompliment! Gleichfalls! Aber wenn das alles hier irgendwann vorbei ist, werden wir wieder zu Feinden! Erzfeinden! Lass uns jetzt den anderen helfen! Okay, das ist seltsam! Schließlich bin ich die Schnellste von Hot Wheels City! Zwei Schnellste! Das besprechen wir später! Wenn er auf einen von uns losgeht, dann sollten die anderen ihn rahmen! Die Nase des Highs ist sein Schwachpunkt! Irgendwie bin ich froh, dass du so viele Natur-Dokus siehst! Ich glaube nicht, dass wir noch lange durchhalten! Ja, ich hab Hunger! Ich bin so hungrig! Ich glaub, ich hör den Eiswagen! Tust du auch? Sieh mal! Wuhu! Wuhu! Danke! Was ist das für ein Ding? Unser supercooler Gefrierstrahleiswagen! Ich schätze, Eiscreme hat er nicht an Bord! Q denkt auch wirklich an alles! Habt ihr einen Plan? Wenn wir den Hai dazu bringen könnten, komplett aus dem Boden herauszuspringen! Kann ich ihn erledigen! Herausforderung angenommen! Also, was bringt es uns nochmal, wenn wir den Hai vereisen? Könnte es sein, dass Haie wechselwarme Tiere sind? Wechselwar... W-w-was? Wechselwarm! Das heißt, ihre Körpertemperatur hängt von der Temperatur ihrer Umgebung ab! Wenn wir ihn super schnell runterkühlen, wird er sich nicht mehr teleportieren können! Dann auf zur Skyline-Straße! Gute Idee! Die ist so weit oben, dass der Hai vollständig auftauchen muss, um uns zu schnappen! Na komm und schnapp uns doch, du Kaulquappe! Gib's ihm, Quinn! Gib's ihm! Juhu! 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 Ist das der Hammer, G-Riders! Ist das der Hammer! Ihr könnt Maria G. jetzt Hausarrest geben, aber ihre Drohne haltet ihr nicht auf! Der G-Ride ist also wieder am Start! Was haltet ihr davon abzuhauen, bevor das Ding wieder auftaut? Hat hier jemand Lust auf Sushi? Vielleicht später! Wir haben den Hai erledigt, aber eine Rechnung ist noch offen! Eine große! Wir kriegen dich noch, ne Vard! Tch-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Tch-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h! Hoffentlich hast du Hunger, denn du wirst meinen Staub fressen! Das Einzige, was ich esse, ist Eiscreme! Du verstehst nicht, warum sie dich immer besiegen? Rollschuhe! Echt jetzt! Was ist daran so komisch? Ihr habt keine Chance gegen Hot Wheels. Moment mal, Idee! Was denn? Es geht nach Wissen. Dein Problem, Sharky. Ich werde einfach die Kraft der Hot Wheels übertragen. Das kann schon schief gehen. Robobotster! Oh, Erdbeere! Schokolade! Alle drei zusammen! Oh! Komm, kleiner Bruder! Tolles neues Auto! Robo-Hai! Womit wird der nur gefüttert? Hey, wir haben unser Bestes gegeben. Lass uns hier verschwinden. Ihr könnt wohl etwas Unterstützung aus dem Wasser gebrauchen. Du kannst Gedanken lesen. Äh, das Ding mit Bremse? Achtung, es wird nass! Hey, gratis Autowäsche! Konzentriert euch! Wir haben nur zwei Versuche. Ich habe so auf 20 gehofft. Und tschüss, Chase und Elliot. Mehr Popcorn! Rammt seine Rückenflosse! Lenkt ihn ab und dann jagt ihn. Macht sie alle platt. Ich weiß nicht so recht. Ich sollte ihn lieber eigentlich... Das ist jetzt unser Schicksal, Jungs! Hopp, hopp, hopp! Oh, nicht heiß! Juhu! Es ist heiß hier drin. Zum Glück steht mir weiß. Mwahaha! Mwahaha! Der Robo-Hai hat Sensoren. Du musst von den Wellen abprallen, Chase. Ich tue alles für meinen Bruder. Eiswagen 1, Robo-Hai 0. Das war aber kalt. Was zur? Ich mache sonst nie Reklamationen. Reicht heute nicht zu früh. Es geht gerade los! Wir sind hier an der krachigen Küste. Tiger Shark bringt die Monster Trucks an den Strand, um die Chance zu bekommen, riesige, große Haie zu sehen und den Champions Cup mit nach Hause zu nehmen. Aber bevor sie auch nur einen Blick auf eine Haiflosse werfen können, müssen sie erstmal hier am Strand überleben. Dieser Strand ist alles andere als entspannend. Es gibt Sand, Schifffrax und eine ganze Menge Crashs. Hier ist knallharte Teststrecken. Der Weg zum Champions-Car. Die krachige Küste, wo Reifen auf die Flut treffen. Aber das hören wir uns lieber aus Tiger Sharks Mund an. Moment. Tiger Shark? Das ist mein großer Bruder. Hey, Bro! Hey, kleiner Bro! Willkommen zur krachigen Küste. Seid ihr alle bereit für eine Küsten-Crash-Strecke? Keine Angst, ich kenne diese Küste wie die Rückseite meiner Stoßstange. Natürlich wird das hier kein Standspaziergang. Aber diejenigen, die es über den brutalen Stand schaffen, erwartet eine Überraschung im verlassenen Aquarium. Im Heilfischbecken tummeln sich die mythischen, negebären und mysteriösen Riesenhaie. Und was, die großartigen Riesenhaie sind hier? Du hast gesagt, die gibt's gar nicht, die muss ich mir anlegen. Erst müsst ihr es entlang der krachigen Küste schaffen, um zu mir zu kommen. Und ich bin mir nicht sicher, ob deine Freunde oder du das Zeug dazu haben, um nicht am Ende zermatscht zu werden. Wir zeigen es dir, Bro. Das wird ein Spaziergang. Kommt jetzt! Lasst uns mit dem Rennen loslegen und uns diese Haie angucken. Der erste am Ziel ist ein Spitzenraubtier. Alle anderen sind halbwutig. Race Ace gegen Mega Rex. Geh mir aus dem Weg, Race Ace. Ich will mit den Reihen doch zusammen Zähne fletschen. Drei, zwei, eins, es geht ab. Los, Hot Wheels. Der Champion rast die Rampe runter. Mega Rex knabbert schon an seinen Fersen. Sie sind an der Rampe. Dieser krasse Dude nimmt eine Auszeit im Baum. Wie peinlich. Gucken wir uns das doch mal an. Wohingegen Mega Rex eine Portion Sand futtert, es aber trotzdem scharf. Zertrümmern und Brüe! Das wilde Monster hat keine Angst, sich dreckig zu machen und holt den Sieg nach Hause. Hey, das ist noch nicht vorbei. Komm schon. Okay, ja, es ist vorbei. Könnte mir mal jemand helfen? Zertrümmern und Brüe! Mega Rex schafft es bis zu den Haien. Bigfoot gegen Gunstar. Die beiden Trucks machen sich bereit für die Abwrack-Rennstrecke direkt durch die Küstenmitte. Los jetzt, Bigfoot. Wir gacken jetzt ein. Großartigkeit lässt sich nicht. Drei, zwei, eins, es geht ab. Los, Hot Wheels. Bigfoot schafft es als erster durch die Baumreihe. Aber er löst den Notausgang aus und Bigfoot taumelt über die Seitenlinie. Gunstar gewinnt und entriegelt die Abwrack-Rennstreckentrophäe. Also, das ist gar nicht gut. Wow, sieht so aus, als hätten Sie endlich den schwerfassbaren Bigfoot erwischt. Die lebende Legende endet bei diesem Rennen in einem Netz. Gunstar verärgert die lebende Legende, um weiterzukommen. Macht ihr Witze? Gunstar hat gewonnen? Du wurdest gekannt. Tiger Shark gegen Demo Derby. Tiger Shark fühlt sich an der Küste wohl und zu Hause in seiner natürlichen Umgebung. Ich werde meinem Bruder zeigen, wer der echte Tiger Shark ist. Drei, zwei, eins, es geht ab. Los, Hot Wheels. Tiger Shark rast über die Rampe und schießt durch die Luft. Tiger Shark beißt sich durch das Shitstack und fährt weiter. Fürchte den Wahnsinn. Demo Derby springt über die Rampe und verliert die Kontrolle. Wow, was ist das denn? Eine Art Seeungeheuer streckt seine Tentakel aus und holt Demo Derby vom Himmel. Da will man keine Muschel sein. Tiger Shark gewinnt und schafft es über die Ziellinie. Fürchte den Wahnsinn. Und Demo Derby kuschelt mit den Monstern. Ja, hast du das gesehen, Bro? Das schafft nicht jeder. Ihr Haie, ich komme. Ja, voll nice, kleiner Bro. Tiger Shark nutzt den Heimvorteil, um mit den Haien zu schwimmen. Bone Shaker gegen Pfeif Alarm. Bone Shaker und Pfeif Alarm sind bereit, große Wellen zu schlagen, um herauszufinden, wer mit den großen Haien mithalten kann. Das wird hier kein entspannender Strandspaziergang. Wenn ich das schaffen will, muss ich mich konzentrieren. Drei, zwei, eins, es geht ab. Los, Hot Wheels. Und sie fahren los. Bone Shaker setzt dich an die Spitze. Habt ihr das gesehen? Beide Trucks schaffen es am Notausgang vorbei, der Bigfoot zum Verhängnis wurde. Das wird da unten ein klassisches Foto-Finish. Und Bone Shaker drischt und kracht dem Preis entgegen, während die Verfolgerin Pfeif Alarm die Fliege macht. Sie macht einen Sturzflug in einen Haufen Heizähne. Aber sie ist nicht die einzige, die weggeschleudert wird. Hallo, hallo, wer ist denn dieser gutaussehende Teufel? Ich sehe in Zeitlupe echt gut aus, wenn ich ehrlich sein soll. Bone Shaker ist der vierte und letzte Truck, der es bis zum Heifelspecken schafft. Zertürmer und zerstört! Die krachige Küste hat ihrem Namen alle Ehre gemacht. Ray Say flinkt fest, Bigfoot sitzt in der Falle und Demo-Derby ist schiffbrüchig. Aber der Rest der Hot Wheels Monster Trucks knachte, schmetterte und klügte sich durch und ist dem verlassenen Aquarium und den legendären großen Haien darin ein Stück näher gekommen. Sie haben die Chance, den Cup zu gewinnen. Seid wieder dabei, wenn diese Trucks Stoßstange an Flosse mit großen Haien schwimmen. Bis dann, das war knallharte Teststrecken. Der Weg zum Champions Cup. Willkommen zurück, ihr Landrati. Hier sind wir wieder. Diese Woche erwarten wir in Tiger Sharks gebessern wellenbrechende Action. Wir sahen, wie die Monster Trucks die krachige Küste entlang rasten, in der Hoffnung, das verlassenen Aquarium zu erreichen, die legendären großen Haie zu sehen und den Champions Cup mit nach Hause zu nehmen. Aber nur vier der Top Trucks schafften es auf den Strand, während die anderen strahlten. Hallo? Hilft mir mal jemand? Ich stecke hier immer noch fest. Jetzt müssen die Trucks beweisen, dass sie die wildesten, schnellsten und heftigsten im Becken sind. Aber diese zahntastischen Haie werden diese Monster Trucks nicht vom Haken lassen. Aber diese grandiosen Fleischfresser mampfen und stampfen. Wer wird am Ende der Champion und wer zu fixen, oder? Hier ist knallharte Teststrecken. Der Weg zum Champions Cup. Wow! Hey, Bro! Wo warst du so lange, kleiner Bro? Wie hast du es so schnell über das Haifischbecken geschafft? Das war einfach. Ich bin nur über die wackelige, tückische und taumelnde Brücke gefahren, habe Fallen und Bissspuren vermieden, bin den Rückenflossen ausgewichen und natürlich bin ich auf den hungrigen, großen Haien knapp entkommen. Oh yeah! Weiter so! Wir sind geliefert! Kommt schon, ihr Sonntagsfahrer! Los geht's! Fürchte den Wahnsinn! Tiger Shark! Ich komme rüber zu dir, großer Bro! Drei, zwei, eins, es geht ab! Los, Hot Wheels! Tiger Shark nimmt Anlauf zum Becken, aber er wird etwas abgelenkt. Oh, seht euch all diese unglaublichen Haie an! So viele Zähne! Oh, Tiger Shark kriegt eine Haiflosse an die Stoßstange! Mit dem Abgang schockiert der Lokale, hält Tiger Shark das Publikum und fällt aus dem Wettbewerb! Oh, hey, das ist irgendwie schön! Voll cool! Von hier aus kann ich mir den Haischwarm aus der Nähe ansehen! Hai-Fakten! Ein Schwarm ist neuland anderer Name für eine Gruppe von Haien. Man nennt sie außer den Herde, Schule oder Meute. Wow, interessant! Und mit diesem Hai-Informationshafen wird der nächste Truck es mit dem Becken aufnehmen. Mega-Ranks! Sieht aus, als hätte jemand Absperrungen hingestellt, um die Trucks von der gefährlichen Brücke fernzuhalten! Es wird Zeit, diesen Haien zu zeigen, wie man sich in seiner Beute festbeißt! Drei, zwei, eins, es geht ab! Los, Hot Wheels! Zert, drüber und spring! Das wilde Monster brettert durch die Absperrungen, als wären sie aus Treibholz. Dann schleudert er in ein paar Felsen und weicht so der Haiflosse aus. Okay, er zieht es wirklich durch. Oh, oh, sieht aus, als wäre dieser Fleischfresser in eine der Bissspuren der Haie geraten. Und schon stattet er den Raubtieren einen kleinen Besuch. Mega-Ranks und diese Haie fletschen gemeinsam eine Menge Zähne im Wasser. Hai-Fakten! Die meisten Haie haben mindestens fünf Zahnreihen, aber der Bullenhai kann bis zu 50 Zahnreihen haben. Es wird Zeit, einige Fossilien rauszufischen und Mega-Ranks aus dem Becken zu holen. Bei diesem Bart wurde Mega-Ranks ordentlich durchgeschüttelt. Aber er fletscht schon wieder die Zähne und möchte weitermachen. Lasst mich da wieder ran! Lasst mich da wieder ran! In der Zwischenzeit versucht, Race-Ace an der krachigen Küste immer noch vom Baum runterzukommen. Hallo! Kann mir jemand helfen? Hallo, ihr Möwen da oben! Könnt ihr mir runterhelfen? Igitt, Möwenkacke! Das hilft mir auch nicht weiter! Jemand soll mich von diesem Baum runterholen! Kein Grund, deine Stoßstange voll zu flennen! Okay, wir brauchen einen Rettungsplan! Pfeif Alarm, was sollen wir tun? Oh, hey! Tiger Sharks großer Bruder! Kannst du Race-Ace runterschütteln? Auf! Hör auf! Stopp! Ich glaub, das klappt nicht. Hm, wie wäre es mit noch mehr Wurms? Nein! Stopp! Nicht! Neuer Plan, bitte! Lassen wir die ihr Ding machen. Der nächste am Becken ist... Boom Shaker! Die Haie werden wütend! Sie haben Truck geleckt und wollen mehr! Sieht aus, als hätte Mega Rex die großen Haie in einen Fressrausch versetzt! Hai-Fakten! Tigerhaie schlucken Luft, um im Wasser zu treiben, wenn sie nicht aktiv schwimmen! Und ratet mal, wie sie diese extra Luft wieder loswerden! So ist es! Hai-Fürze! Ha-ha-ha! Voll der Hammer, Jungs! Dieser Monster Truck ist bereit für Action! Na, zertrümmern und zerstören! Drei, zwei, eins, es geht ab! Los, Hot Wheels! Dieser Bad Boy rauscht durch einen Haufen Straßentrümmer! Er ist unaufhaltbar! Und er weicht der Haifass aus! Boom Shaker zieht durch! Er wird von einem Wasserschwall der umsitzschlagenden Haie getroffen! Also eher baden und zerstören! Der Bad Boy erhält eine fette Abreibung! Das sehen wir uns nochmal an! Der Haischwall war dieses Mal schlimmer als ihr Biss! Im Haifischbecken erleidet Boom Shaker Schiffbruch und schafft es nicht rüber! Wird der letzte Truck das gleiche haimäßige Schicksal umschiffen kann? Gangster! Gangster hat es unbeschadet über die krachige Küste geschafft! Aber wird er ein Bad im Haifischbecken vermeiden? Ein Bad? Aber, aber! Dann wird mein Wert voller Schleim hier abgewaschen! Gangster badet nicht! Der schleimige Draufgänger rast geradewegs in den Schwall des Fressrausches! Was für eine Zielstrebigkeit! Ich muss schön schleimig bleiben! Ich muss schleimig bleiben! Los, nicht das werden! Kein Bad! Gangster schlingert durch die Schwallzone, die Bowl Shaker versenkt hat! Aber kann er der Haiflosse entkommen, die Tiger Shark fertig gemacht hat? Oh, knapp am Stoß gangen Pännigter vorbei! Unglaublich! Nur noch an dem Haibiss vorbei! Gangster hebt mächtig von der Rampe ab! Aber ist es genug? Kein Bad! Sein Reifen bleibt an einem Zahn hängen, aber er fällt Richtung Ziellinie! Gangster schafft es auf die andere Seite! Juhu! Angesperrt! Niemand kann Gangster zwingen zu wagen! Doch nicht mal die großen Haie! Haifakten! Einige Haie können sogar aus dem Wasser springen! Das nennt man Haissprung! Weiße Haie können bis zu drei Meter in die Luft springen! Stellt euch mal das Aufklatschen vor! Sicher, dass das klappt? Wir ziehen den Baum runter und du kannst einfach rausrollen! Danke euch! Ich weiß die Hilfe zu schätzen! Wie stark ist eigentlich dieses Abschleppsal? Herzlichen Glückwunsch, Gangster! Dass du es an den großen Haien vorbeigeschafft und diese Hunde der knallharten Feststrecken gewonnen hast! Danke! Danke! Zuerst möchte ich mich bei meinem Schneiden bedanken! Aber was würde ich für eine weitere Runde gegen diese Haie geben? Passt doch auf! Haifakten! Zu den Beutetieren von Haien gehören Fische, Rumpen, Wasservögel und in diesem Fall Hot Wheels Monster Trucks! Hau ab! Raus hier! Komm, Pappu! Wie ich schon sagte, möchte ich mich beim Schleim bedanken! Ohne den ich... Und unsere Zeit für diese Runde geht zu Ende! Gangsters entschlossen, als schleimig zu bleiben, hat ihn an die Spitze der Truppe befördert, während seine Mitbewerber als Fischfutter endeten! Wer aber ist der ultimative Top Truck? Findet es beim nächsten Mal heraus, wenn es heißt Knallharte Teststrecken! Der Weg zum Champions Cup!